Es ist das schlimmste Erdbeben in der Geschichte von Marokko. Jüngsten Angaben zufolge ist die Zahl der Todesopfer der verheerenden Erdstöße auf mehr als 2000 gestiegen. Von den weiteren mehr als 2000 verletzten Menschen schweben zwei Drittel den Behörden zufolge in Lebensgefahr. Diese Aufnahmen stammen aus der Soussebene östlich von Agadir. Das Erdbeben hatte Marokko in der Nacht zum Samstag erschüttert. Das Epizentrum lag in einer bergigen Region etwa 70 Kilometer südwestlich der Touristenhochburg Marrakesch. Mehr als die Hälfte der Toten wurde dort in der Provinz Al-Haus im Atlasgebirge gezählt. Auch in der Altstadt von Marrakesch liegen Gebäudetrümmer auf den Straßen, die Menschen übernachten im Freien. Die Erschütterungen waren bis in die Küstenstädte Rabat, Casablanca und Esawira zu spüren. In dem nordafrikanischen Land wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Rettungsdiensten zufolge könnten die Aufräumen und Wiederaufbauarbeiten Monate, wenn nicht gar Jahre dauern.